Ich bin gerade aufgestanden, ich hasse mein Leben. Es ist jetzt gerade halb bis sieben. Fick dich! Fick dich Kamera! Es wird mich nie fokussiert. Ich habe einen kleinen Trick gemacht. Sie ist eigentlich 16 Jahre alt. Sie muss zahlen wie Jugendliche. Sie ist 15 Jahre alt. Saphira, mach einfach nie schnell. Wie spät ist es jetzt, Saphira? Ne? Es ist jetzt 11.30 Uhr. Und wir sind ja um 10 Uhr schon hier. Also in SOS 4 Uhr. Es ist so kalt in der Schweiz. Wir müssen Pause machen, es ist zu kalt. Wir sind zu schwarz für den Scheiss. Es ist für einen guten Tag, Leute. Hey, Gabrielo! Tschau! 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 So, Gabrielo. Ja. Was machst du heute? Ich trau hier Scheine. Ich meine Snowboard. Snöbe. Snöbe. Leck. Alles gut. Bin ich... Bin ich am Essen? Ja. Man darf gar nicht ein Picknick, aber ich habe ein Picknick. Oh, Rebel. Das steht da, ne? Kann man da zoomen? So. Sack! Ja. So, Gabrielo, was denkst du über die Deutschen? Die Deutschen? Die sind überall. Die sind überall. Gell? Das ist echt scheisse. Die können nicht Skifahren. Die können nicht Snowboarden. Das ist echt ein Witz, oder? Das ist echt ein Witz, oder? Nein, nein, nein. Es ist einfach so. Nein, schau. Du sagst so. Achtung, ich komme aus dem Weg. Was? Ich habe mir 19 Franken gezahlt. Ich fahre, wie ich will. Bevor jemand gesagt, gell? Und ich so. Fick dich, gell? Fuck, 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 fuck you, motherfucker. Lass mir zu, wenn ich nicht mit dir rede. Du hast nichts, motherfucker. You, motherfucker. Als Snowboarder muss ich Hass haben. Auf Skifahren. Auf jeden, weisst du. Skifahren, weisst du? Ey, fuck, Skifahren. Skifahren, bro. So. Mega, sehr schnell. So. Extreme snow. Speed. High speed. Ja, 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 ja. Gmin Sans! Mühe sein Sick 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 Ja 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 Mühe sein Ja ja Oh shit Wuh Mühe sein Ich kann Ja ja Würde ja Shit Sick Bro Wie ist es so? Ich habe ein Mikrofon Check nichts Es ist ein schöner Tag heute Es ist ein bisschen hässig 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 Hey Gabi, war das Sicky Line? Ja, danke Das ist überhassig So, und da haben wir Gabi, ein richtiger Vollmond, seine Schwasche auch nicht viel besser. Oh ja, schau sie gehen die zwischendurch. Schön, macht sie da, sehr sauber. Wink mal! Hallo! Da zählen wir die Technik, die bei der Zehenspitze sehr gut ausgeprägt ist. Zeig mal, hässiger Trick, yo! Sie drückt ihre Hüfte an, Schultern nach hinten. Und das macht halt der Profi aus. Wie aus dem Lehrbuch fahrt sie da. Gabi, Arna, willst du uns noch ein paar Trickle zeigen? Wow! Wow! Ich muss schon wieder runterkacken. Sick! Wow! Sick! Machst du geil gesehen? Wow! Du bist ein Militär? Ja! Bist du Profi? Du bist ein Militär, Mann! Ja, Mann! Wir sind ganz unten. Hast du einen Trick? Ja! Mach mal so einen Trick! Hey, der Trick ist sick! Oh! 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 Oh, oh! 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 Nein! Schau mal, ich bin jetzt weiss und schwarz hier. Du bist schwarz hier und schwarz hier. Ich meine, ich bin heller hier. So, Gabriela. Ja. War es jetzt mühsam oder eher weniger? Es tendiert gegen es mühsam. Gegen was? Wie? Mühsam. Ah, ok, ja. Wo ist denn der Pau Pau Pau? Läuft ganz Latsch an. Nicht das. Nein. Nicht M-Hadi. Nein, das ist nicht das. Nein, der Pau 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 ist nicht Pau M-Pau. So, Gabriela, du bist ja richtig braun gebrannt. Welche Zeit? 21. Ja, du führst dich. Sophie. Ja, du führst dich auf. 8. Meist mich. Ja, du führst dich. Hey, du führst dich. Neig, du führst dich. Ja. Ich mach das. Du führst dich. Ja, du führst dich. Ja. Magisch nicht. Gabi, was sagst du für diesen Preis? Ich sage nur noch Skandal. 8 Schuss? Dann musst du gleich ein Foto machen mit diesem Bier. Mach mal ein Foto, denn es ist so teuf. Er hat nicht so teufes Bier gehabt. Okay, aber ein bisschen zum Preis? Ja. Gabi bekommt jetzt 1 Minuten Zeit, um ausgeschlossen zu werden. Wann haben wir das entschieden? Schüpf mal, schüpf mal so. Was war der Tag? Der Tag war eigentlich ein Vorhang. Ja. 1, 2 Skifahrers sind wir reingefahren. Ja, du lädst noch. Jetzt gehen wir noch ein Bier holen. 1, 2 Bier und du bist wieder schön. Was machst du jetzt? 7 Jigs. Du bist der Alkei. Du bist der Alkei. Du bist der Alkei. Pronto.